WTN-Unterhaltung. Stefanie Stumpf zeigt ihren Babybauch. Wenige Stunden nachdem die Schwangerschaftsbombe am Montagmorgen platzte, meldete sich Schauspielerin Stefanie Stumpf, 37, auch persönlich zu Wort. Zu zwei Fotos aus dem Babybauch-Shoting für das Magazin Bunte schrieb die gebürtige Dresdnerin auf Instagram erleichterte Zeilen, ich habe lange Zeit nicht mehr wirklich viel von mir blicken lassen. Im neunten Monat lässt sich nun mein kleines Geheimnis aber nicht mehr verstecken. Ohne Ende-Promi-Gratulanten. Wie toll! Ich gratuliere, kommentierte Schauspielkollegin Anna-Maria Mühe, 36. Der ebenfalls schwangere Ex, GZSZ-Star Janina Use, 32, postet ein rotes Herz. Von Schauspieler Tam Maskeher, 48, Game of Thrones, bekommt sie sogar zwei rote Herzen. Ich freue mich so für dich! Und bildschön bist du, schreibt Moderatorin Susanne Klin, 40. Und auch Nina Mogadam, 41, schwärmt, du siehst wahnsinnig schön aus. Genießt die Restschwangerschaft und eine wundervolle Geburt. Ex, GZSZ-Star Sila Schahin-Ratlinger, 36, postet Emoyes mit Herzchen in den Augen. Steven Getzien, 49, Sönke Möhring, 49, Stefan Konaske, 42, und viele Promis mehr freuen sich mit der werdenden Mutter. Stefan ist stumpf, es ist ein absolutes Wunschkind. Wie am Montag bekannt wurde, bestätigte die Schauspielerin entsprechende Schwangerschaftsgerüchte im Interview mit dem Magazin. Es ist ein absolutes Wunschkind. Auch über den Vater ihres ersten Kindes, ein plastischer und rekonstruktiver Chirurg aus München, sprach Stumpf. Sie habe in ihrem Florian, 38, nach fünf Jahren Single ihren Wunschpartner gefunden. Erstmals getroffen hätten sich die beiden an ihrem letzten Drehtag bei der Krimi-Reihe, der Alte. Sie habe sich den Ringfinger gebrochen und musste ins Krankenhaus. Dort habe sie den Mann kennengelernt, von dem sie schon in der Notaufnahme wusste, der ist es. Stefanie Stumpf wurde mit der Krimi-Reihe Stubbe, von Fall zu Fall, bekannt, für die sie zusammen mit ihrem Vater Wolfgang Stumpf, 76, von 1995 bis 2014 vor der Kamera stand. Seit 2015 dreht sie neben vielen anderen Projekten für die Krimi-Reihe, der Alte. Hey Leute, das ist Gansam. Willkommen, dann abonnieren Sie unseren Kanal und pressen das Bell-Icon. Schauen Sie uns das Video und sharen Sie mit Ihren Freunden und Familie. Vielen Dank für das Video, danke. Vielen Dank.